Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie sich vorstellen, dass Sie an meiner Stelle ein digitalisierter Sprecher durch den MOOC begleitet und anstelle der Vortragenden Avatare mit digitalisierten Stimmen Ihnen die Inhalte vermitteln? Wahrscheinlich können Sie sich das vorstellen und Sie würden es vielleicht auch akzeptieren. Aber können Sie sich auch vorstellen, dass staatliche Nachrichtenagenturen dies in ähnlicher Weise bereits in ihrem medialen Alltag etabliert haben? Veränderungen gehen immer mit Veränderungen der eigenen Wahrnehmung, der Wahrnehmung von Rollenbildern und auch der Wahrnehmung von Arbeitsweisen einher. Wie nehmen Sie gegenwärtig die Medienlandschaft und Medienschaffende wahr? Oder falls Sie selbst Journalist oder Journalistin sind, mit welchen Konflikten haben Sie es durch veränderte Rollenwahrnehmungen zu tun? Oder nochmal anders gefragt, haben Roboter teilweise schon Journalisten und Journalistinnen bzw. Nachrichtensprecher und Nachrichtensprecherinnen ersetzt? Auf diese und weitere Fragen werden Sie in diesem Video Antworten finden. Thema 3 wäre mit folgenden Fragestellungen unterlegt. Zunächst Frage 1, welche Veränderungen bringt die digitale Transformation für die Rollen und die Rollenwahrnehmung, die Journalisten spielen? Frage 2 wäre, wie verändert sich denn der Arbeitsalltag von Journalisten und welche neuen Aktionsfelder entstehen? Und Frage 3 nimmt jetzt beide Seiten, sowohl die journalistische Seite als auch die redaktionelle und verlegerische Seite in Betracht. Und ich werde mich fragen, welche Konfliktpotenziale und Auswirkungen für Journalistinnen, Journalisten und Medienmanagerin entstehen. Die veränderten Rollen für Journalisten und auch die Wahrnehmungen zu diesen Rollen sind insbesondere durch die Datafizierung und die Automatisierung geprägt. Ich gehe davon aus, dass Journalisten und Journalistinnen sehr wohl KI-Systeme zum Einsatz bringen werden wollen, wenn sie dies nicht schon tun, wenn es um Textgeneration, automatisierte Textgeneration im Bereichen Sport, Börse oder Wetter geht, um tatsächlich Arbeiten, Arbeitszeiten frei zu bekommen für andere Hintergrundarbeiten, die Journalisten ansonsten tätigen müssen. Ich nehme an, dass dieses Rollenverständnis auch bei Journalistinnen so wahrgenommen wird, dass man Arbeitserleichterungen durch KI-Systeme sehr wohl akzeptiert und Verbesserungen für den Arbeitsalltag empfindet. Zum anderen ist zu sehen, dass der Journalist durchaus, die Journalistin durchaus auch mit sehr vielen neuen Arbeiten im Arbeitsalltag konfrontiert sein wird. Es geht darum, nicht nur objektiv und faktengenau zu recherchieren, auf Themen zu bearbeiten, wie dies im traditionellen journalistischen Arbeiten der Fall wäre, sondern man geht jetzt auch dorthin als sogenannter Investigator oder auch sogar als Techniker zunehmend Arbeiten übernehmen zu müssen, die doch recht fern dem Journalismus ursprünglich noch waren. Und zum Dritten stelle ich fest, dass der Journalist zunehmend auch zum Verbinder, zum Connector wird, insbesondere für Mediennutzerinnen und Nutzer im Bereich der Online und der sozialen Medien. Hier geht es also darum, nicht nur erhöhte Partizipation zu schaffen, sondern auch die Daten, die durch diese Kontakte entstehen, auch so auszulösen, dass man verstärkte Angebote in Produktinnovationen in diesem Bereich auch auf Basis dieser generierten Daten, Nutzerdaten machen kann. Der Verleger, der Redakteur, der unternehmerischer tätig ist, wird wohl nicht mehr der traditionelle Manager sein, der sozusagen das Geschäft verwaltet, sondern er wird zunehmend durch den Einfluss jetzt von neuen Techniken zum Neo-Strategen sich wandeln müssen. Das heißt, er wird den Ankauf und Einsatz, die Implementierung von neuen Technologien ebenso erwägen müssen und bewältigen müssen, wie er auch zunehmend zum Entrepreneur, also zum Unternehmer wird, um sozusagen neue Geschäftsfelder zu identifizieren und neue Erlösmöglichkeiten auch zu erkennen. Und zum Dritten geht es natürlich auch sehr stark bei den Redakteuren und Verlegerinnen auch darum, nicht nur den Journalistinnen gute Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, sondern auch die Nutzerinnen und Nutzer im Sinne eines Stakeholder-Managements zunehmend hereinzuholen und in die Wertesysteme einer Medienarbeit insgesamt zu inkludieren. Der Arbeitsalltag verändert sich dementsprechend stark, je nachdem wie intensiv Big Data und KI-Systeme bereits im Journalismus eingesetzt sind. Die Recherche, die Produktion, der Vertrieb, die Nacharbeitung, alles wird sich sozusagen effizienter gestalten, es wird schneller sein, es wird mit mehreren Multimedia-Systemen gearbeitet werden, es werden Grafiken, Informationen, Tabellen eingespielt, alles das auf Basis von riesigen Datenmengen, die zunächst sozusagen auch erstellt werden müssen und gesammelt werden müssen und interpretiert werden müssen. Also die Arbeit des Journalisten verändert sich relativ dramatisch. Der Roboter-Journalismus, von dem man heute auch spricht, kann aber tatsächlich nicht ganz auf den Menschen auch verzichten, da die Menschen, die Journalisten ja vorab auch das Konzept erstellen, die Textbausteine auch anlegen und auch natürlich die Anwendung programmieren müssen. Generell, so ein Zitat von Professor Thomas Hestermann aus 2017, generell kann die Maschine nur so viel leisten, wie man ihr beigebracht hat und nicht mehr. Die Konflikte abschließend, die entstehen, ich denke, dass der Einsatz von KI-Systemen und Big Data System im Journalismus wohl oder übel die Konflikte zwischen Journalistinnen und Verlegerinnen intensivieren könnte. Es geht darum, dass die Budgets von den Verlegern so eingesetzt sind, dass erfolgbringend journalistische Inhalte an Zielgruppen vertrieben sind, die auch angenommen sind und der Journalist über diese Systeme noch mehr im Zwang der Effizienz, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit steckt oder gesteckt wird und der Verleger genau nachsehen wird, wie sehr der Journalist sozusagen erfolgreich diese Effizienzsteigerungszwänge oder Pflichten erfüllen kann. Das wird wohl der zentrale Konflikt sein.